Der Sponsor von unserem Sponsor Zombie Zocker. Checkt den mal ab auf Yu-Gi-Oh! Kart-Market. Falls ihr Karten verkaufen wollt, erkauft immer welche, schreibt ihn einfach an. Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr aus Leipzig kommt, checkt mal sein Turnier ab. Seinen neuen Laden. Turnier am 18.07. wird sein Turnier veranstalten. Ansonsten nochmal Danke an Zombie Zocker. Checkt seinen Laden und seine Seite auf jeden Fall ab. Alle Einzelkarten dazu könnt ihr bei ihm natürlich kaufen. Super Preise. Link unten in der Beschreibung. Ich hab uns mit Freunden auch ein paar. Das ist das sein. Wir sind Freunden. Warte, wir geht nicht weiter. Ja! Wie war's denn? Ich hab's mal. Macht mal ein paar Bums drauf. Das sind gute Stück. Ja! 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 Sehr gute Karten. Alter! Die ist echt die beste eigentlich. Ich weiß, die ersten Booster ist lustig. Hast du gut gemacht. Zornier? Wie ist das? Ja! Zornier, 투 Mann! Zornier, zocker! Cool, die Monat. Sehr gut. Sehr gut. Und man hat da schön Knüchsein in die Kaune. Aber jetzt hat sogar das beste Wicht rausgezogen. Was? Zack! Na, dame. Oh mein Gott, wie brauche ich? Ja, die Würze ist höher. Was gibt's einer? Zwei Euro. Für mich auch, oder? Hey, bitte, bitte, komm. Hey, bitte, bitte, komm. Hey. Guck mal, mach mal ein paar Haugen hier, oder? Okay. Oh mein Gott. Guck mal, ne? Ja, überall. Okay, Mann, Chaos. Pferdes. Wo ist das in die Kamera? Wo ist dein Pferdes zu tun? Erst mal irgendwo hin, dann machen wir gleich. Wo sind die neue Pferdes? Wo sind die neue Pferdes? Echt, du? Echt, du? Echt, du? Ja, die ist gut, oder? Also, ich hab den, zumindest schon, bei dem Not-Ski gewinnt. Ob man den auch spielt, weiß ich nicht. Aber der hat den guten Erfekt. Was ist da los? Keine guten Karten mehr, oder was? Oh mein Gott, der kostet die Millersorge mehr als die Pferdes, oder? Das sind schon zwei Pferdes. Man, Spaß, Mann. Das steckt krasser. Das steckt mit einem Meter. Rot-Eis ist auch drin. Natürlich, es kommt nix hier raus. Den werden wir brauchen in Zukunft. Sagst du einen, gell? Echt? Ja, der wird gespielt wieder. Nein, in welchem Weg? Rot-Eis. Die braucht nicht. 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 Welche? Da spinnen wir mal jetzt. Ja, ja. Haben wir jetzt alles durch, oder was? Nein, ich hab doch nicht gesehen. Das ist ernstgefügt, oder? Hä? Kann man oder was? Ja. Beides. Einmal kamen, einmal singen, oder? Ja. Ja, Jungs. Was ist das hier, Mann? Die zwei. Was? Sortiert das doch, Mann. Ja, mach ich doch mal. Das ist ziemlich scheiße, Mann. Das kenne ich nicht, aber das braucht die Leute. Neu sortiert man. Das kann ich nicht. Das muss aus Klasse kommen, Mann. Ich schmeiße als der Möwe. Nein, nein. Oh mein Gott! Leute, zwei! Oh! Hey, den gibt's auch noch im Kack... Das war ein davon! Ja... 5 Morgon! Der kostet 7! Was ist ungeheulert, denn? Soll ich fragen, ob jemand Ding braucht? Der hat das! Morgas mal auf hier! Ich muss das doch nicht sortieren, denn! Nein, ich klau so das! Ich bin jetzt der Schwarz! Jetzt geht's nur auf Ding, gell? Nur auf Kamen und Ding, gell? Jungs, wir sind noch bereit! Jungs! Ja, lass ihn! Check, Zombi-Zocker auf Yu-Gi-Oh! Hat man gedacht! Was soll ich abgeben? Zwei Fall! Ja, kann ich schon machen! Was haben wir gezogen, Mann? Ich bin tot nach! Eigentlich übergastet! Also, das beste aus dem Deck eigentlich ist... Was war Fayadus? Zweimal! Ja, alles! Danke, Belly-Drink! Einmal... Chat davor, gell? Chat davor, ja! Und der Gedanke war... Einmal in Odd-Eyes... Auch gut! Jetzt kam dann auch ein... Third-Lay-Anis... Recht gut! Weißt du, was ich immer im anderen Display gezogen hab? Gott! Nur... Nur das hier! Echt jetzt? Ja, Ernstkos! Was ist das denn eigentlich Ernstkos? Ja, Bro! Oh, keiner wollte es für 20 Euro in diesem Scheißladen kaufen? Ja... Und noch... Und noch... Und noch... Aber wie gesagt, hier gibt es noch andere Karten, die gut werden... Ja... Vielleicht die hier... Ja... Also... Ich spiele OCD, offensichtlich... Magician... 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 Bin da nicht sicher, ob er auch da mit dabei ist... Aber auf jeden Fall... Der andere ist auch immer dabei... Was auch sehr interessant ist... Ne? Raptors... Ja... Ja, Mann... Wir kriegen Support... Wie gesagt, ihr könnt... A an der Einzelkarten auf... Auf Yu-Gi-Oh! Kart-Market kaufen... Und da... Zombie-Zocker... Und da... Die Ready Raptors... Die Right Raptors... Das hast du in Absicht gemacht! Ja... Vielen Dank.